So, was könnte jetzt noch fehlen? Jetzt, wo ihr all diese tollen Sachen schon könnt mit NPM. Ja, ich weiß, vieles haben wir noch gar nicht gemacht, aber ihr habt hier ein wichtiges Feature noch nicht kennengelernt und das ist das, was ihr braucht, mit dem Team zu arbeiten. Denn wenn ich das jetzt jemand anders gebe, dann, klar, geht das schon so weit, aber der muss sich alles erstmal mit runterladen von den Node-Modules. Und wenn ich diese Node-Modules jetzt erstmal global zum Beispiel installiere, das heißt, sie sind gar nicht in meiner Distribution drin, ja, dann habe ich ein Problem. Das heißt, ich muss hier irgendwie eine Möglichkeit schaffen, wie andere Menschen sich das einfach bei GitHub runterladen können und dann einfach npm install schreiben können. Und dann soll schon bitte alles installiert werden. Am besten soll dann vielleicht auch noch sowas wie npm run test gemacht werden, um alle Tests laufen zu lassen und dann am besten noch sowas wie npm run dev. Und dann soll das Ganze bitte auch gestartet werden. All diese Dinge könnt ihr festlegen für npm in der Package.json. Und ja, die sieht ein bisschen doof aus. Aktuell, weiß ich nicht, würde ich jetzt vielleicht mir nicht zutrauen, da alles reinzuschreiben. Deswegen gibt es einen ganz tollen Befehl hier für euer Terminal und zwar npm init. Das ist alles, was ihr braucht. Das heißt, wenn ich npm init mache, dann kann ich hier einfach sagen, okay, was soll denn hier alles gemacht werden? Fragt euch dann quasi einfach danach. In dem Fall Package Name. Wie soll das ganze Ding heißen? Man muss sagen, einfach mal hier Test Website. Okay, Version würde ich sagen 0.1.0. So, die Description bitte. Eine Seite, um npm zu demonstrieren. Okay. Dann, der Entry Point soll doch bitte die Index.javascript sein. Das können wir einfach so lassen. Dann könnt ihr Enter drücken, wenn quasi das in Klammern schon okay ist für euch. Dann könnt ihr einfach Enter drücken. Test Command. Das wäre schon ganz geil, wenn wir das mit Test machen könnten. Das Git Repository, das gibt es in dem Fall noch nicht. Und die Keywords, ähm, Tutorial. Wie wäre es damit? Okay, Author, das bin ich, Cedric Messner. Und die License würde ich mal auf MIT setzen. Und fertig. So, und was jetzt gemacht wurde ist, das hat für euch die Package.json mal einfach so erstellt. Und ja, natürlich kann man das hier auch direkt in die Package.json reinschreiben. Dazu braucht ihr nicht unbedingt npm init. Was jetzt allerdings passiert ist, ist diese Dependencies, die hier schon drin standen davor, weil wir das eben über npm installiert haben. Die sind natürlich immer noch hier drin. Und hier steht dabei, ja gut, für dieses Projekt wird benötigt die JavaScript Bibliothek jQuery Version 3.6.0. Wenn ihr jetzt also hier, also wenn ihr das Projekt an irgendjemanden weitergebt und der schreibt einfach npm install, dann wird hier direkt einfach geguckt, was da gemacht wird. Und es wird hier versucht, eben zu aktualisieren zum Beispiel, oder es wird versucht, eben die übrigen Bibliotheken noch zu installieren, die hier drin stehen. Wenn ich jetzt also hier zum Beispiel noch eine andere Bibliothek reinschreibe, sowas wie, sagen wir einfach mal, unique. Und hier seht ihr tatsächlich schon einige Vorschläge von eurer ID, was ziemlich, ziemlich angenehm ist. So, in dem Fall Version 1.0.1 bitte. Inject Language, nee, will ich eigentlich nicht. Okay, und dann einfach hier, also nehmen wir jetzt einfach mal an, wir haben das jetzt. Dann schlägt mir A meine ID natürlich die ganze Zeit vor. Ey, mach mal bitte hier, npm install, ganz, ganz dringend, ich hab nicht alle Bibliotheken. Oder ihr könnt das ganz einfach hier unten eingeben, npm install. Das ist quasi derselbe Aufruf, ja. Und dann fügt das euch ein weiteres Paket in eure ganzen Abhängigkeiten hinzu. Und ja, das hab ich gemacht, in eure Abhängigkeiten hinzu. Und ihr findet hier unique am Ende. So, weil ich das eben hier installiert habe, beziehungsweise gesagt habe, dass das ein Requirement für dieses Projekt ist. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich auch gar nicht mehr diese ganzen Node-Modules mit hier reinbringen. Ich kann diesen Ordner Node-Modules, falls ich den über git teilen möchte, kann ich den einfach in die gitignore packen. Das heißt, ich muss nicht diesen ganzen Kram hier hin und her jonglieren. Ich muss nicht vielleicht sehr, sehr viele Dateien. Ich mein, schaut euch mal bitte ganz kurz an, wie viele Dateien hier drin sind, ja. Das ist einfach nur der Ordner AJAX, ja. Und das ist in SRC. Und in SRC haben wir sehr, 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 sehr viele andere Dateien noch drin. Das ist ziemlich nervig, wenn jemand sich das alles klonen muss. Und wer weiß, vielleicht gab's ja mal ein Update oder sowas. All das kann man in der Package.json eigentlich verwalten und ich kann das hier einfach komplett wegmachen. Also ich kann diesen kompletten Ordner Node-Modules rausschmeißen, wo natürlich dann auch meine Index-JavaScript überhaupt nicht mehr funktioniert, weil es das hier nicht mehr kennt. Und so kann ich jetzt mein Projekt weiterreichen, wenn ich das möchte und kann hier einfach npm install reinpacken. Und dann werden mir meine ganzen Pakete wieder hier rein installiert und schon habe ich wieder alles, was ich brauche. Und kann hier einfach meine Seite wieder neu laden und wir sehen hier, wow, cool, es funktioniert ja. Wie unerwartet. Genau, also das ist im Endeffekt der große Vorteil, um eben diese ganze Paketverwaltung mit der Package.json und mit npm zu machen. Gerade wenn ihr im Team arbeitet, ein wahnsinnig wertvolles Tool. So, und ich will nochmal ganz kurz eine Sache zeigen, ja. Also JavaScript ist nicht JavaScript. Wenn ihr hier einfach mal guckt, wie viele Bibliotheken euch sogar einfach nur hier vorgeschlagen werden. Und ja, das sind nicht mal annähernd alle. Ähm, dann könnt ihr euch vielleicht grob erahnen, was es da alles gibt. In dem Sinne war es das erstmal für dieses Tutorial. Ich hoffe, ihr habt soweit verstanden, was die Package.json macht. Und wir gucken uns natürlich noch sehr, sehr viele weitere wertvolle, äh, ja, Plugins oder Pakete an, die man hier verwenden kann. Und damit war es das von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.